5 Gründe, warum Borussia Dortmund fit für den Titel ist Transfers sitzen. Stabilität, Mentalität, Potenzial. Unter diesen Stichworten fand das Dortmunder Facelifting im Sommer statt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Powerpack Delaney Witzel gibt sofort den Ton an, Diallo ist in der Abwehr gesetzt und Stürmer Alcácer trifft schon. Und das nur als Joker. Was kommt da erst, wenn der Spanier sich ans Bundesliga-Klima gewöhnt hat? Reus ist fit. Zum ersten Mal seit 2015 ist Marco Reus zum Saisonstart richtig fit und startet durch. Mit Vorlage und Treffer beim Pokal-Zittersieg in Fürth setzte er als neuer Kapitän gleich ein Zeichen. Auch die Aufholjagd in Leverkusen leitete er ein. Reus ist mit 29 Jahren auf einer Mission. Große Titel fehlen Dortmunds Offensiv-Rakete noch. System Favre greift. Talente entwickeln, offensiv spielen. Favres Stärken passen optimal zum BVB. Youngster wie Sancho, Hakimi oder Brun Larsen werden ins Spiel geworfen und sind sofort voll da. Auch die Pass- und Tormaschine läuft. Elf Treffer in den letzten zwei Ligaspielen. Dabei ist Favre noch nicht einmal beim Feintuning angekommen. Mentalität stimmt. Gegnerjubel? Die Schwarz-Gelben wirft das nicht aus der Bahn. In neun Pflichtspielen lag die Borussia viermal zurück und ging nicht als Verlierer vom Feld. Wo der BVB vor kurzem einbrach, kommt er jetzt mit Macht zurück. Ob kämpferisch wie im Pokal oder per Sturmlauf wie in Leverkusen, die Dortmunder wollen einfach nicht mehr verlieren. Großer Hunger. Als der BVB 2012 zum bisher letzten Mal Meister wurde, kickte ein Großteil des heutigen Kaders noch im Juniorenbereich. Die Schale kennen sie nur aus dem Vereinsmuseum. Auch im Umfeld und bei den Fans entsteht gerade eine Begeisterung wie zu besten Klopp-Zeiten. Wenn dazu noch das Zaudern der Bayern anhält, ist die Borussia wirklich der Titelkandidat für 2019. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020